Leute, das nächste Event steht an um 16 Uhr. Heute hat Respawn einfach schon den Trailer veröffentlicht. Eine Stunde früher, als man das eigentlich kennt. Und es gibt eine Menge krasser Sachen. Seht das als das Mid-Season-Update an. Es gibt nämlich eine Menge Patch Notes. Es gibt Legendenänderungen an den Perks. Hat sich eine Menge geändert. Bangalore kriegt extremst eine rein. Das ist sehr, sehr heftig. Das neue Erbstück, das universelle Erbstück kommt mit dazu. Nächste Woche Dienstag startet das neue Event schon mit dem Mid-Season-Update. Es gibt eine neue Map-Rotation und so weiter und so fort. Es ändert sich einiges und das Event bringt echt geile Skins. Muss ich jetzt mal dazu sagen. Und es gibt ein paar Interpretationssachen, was das Erbstück betrifft. Ihr habt es vor kurzem mitbekommen. Angeblich um die 700 Dollar soll das Erbstück wert sein, weil es erweitert werden kann und so weiter und so fort. Da könnten wir jetzt ein bisschen Raum für Spekulationen haben. Ich starte gleich in die Patch Notes. Ich möchte nur mal ganz flott den Gewinner für das allererste Very Tasty Care Package bekannt geben. Wer es nicht mitbekommen hat, Very Tasty ist wahrscheinlich demnächst ein neuer Partner von mir, der Süßigkeiten, Knabbereien und so weiter aus aller Welt auf eine Seite bringt. Zu einem sehr, sehr guten Preis. Und einmal im Monat wird es dann eine Verlosung von mir geben. Und der erste Gewinner ist, wer da Bock hat übrigens in Zukunft mitzumachen, Very Tasty natürlich auf Instagram folgen und so weiter und so fort. In Folgevideos wird es wieder Gewinnspiele geben. Lasst euch da mal überraschen. Lego at Home, ein sehr, sehr langer Stammzuschauer. Freue ich mich sehr, dass du gewonnen hast. Du schreibst die italienischen Chips, die Brezeln und Schokolade mit Frucht. Hätte gerne ein gemischtes Paket. Du hast auf jeden Fall gut aufgepasst, ein gemischtes Paket. Du meldest dich bei mir via Instagram, ganz wichtig. Du musst natürlich Very Tasty auf Instagram folgen. Das wird geprüft, dann kriegst du dein Paket. Herzlichen Glückwunsch dir auf jeden Fall. Fünf richtig geile, internationale, leckere Sachen warten auf dich. Die werden dir demnächst zugeschickt. Wir wechseln jetzt zu den Patch Notes. Ich würde sagen, ich halte mal ganz kurz meine Klappe. Und spiele von dieser Seite aus jetzt einfach mal den Trailer grob ab. Wer den noch nicht gesehen hat und will den in voller Pracht sehen, sollte vielleicht einfach nochmal auf die Apex-Seite wechseln. Ich bin mal ganz kurz still, zeige euch den Trailer. Oder wir machen einfach mal groß. Ich mache meine Kamera weg. Na, und halt meine Klappe. Bis zum nächsten Mal. Das ist für nichts, Kaze. Indeed. Enemy here. This is not my first time. Once more into the breach. Spur down. Time to have some fun. I love fieldwork. Oh, that was incredible. The hell is this? The sharpest steel to carve the deepest legacy. Geez, mate. Bring it up for all of us. Oh, get up. Any pearls of wisdom, before we crack these in? Do it where the world can watch. Oi, Gramps. Got some blood on your Jandal? Yes, but not mine. Tja, der Trailer ist geil. Es gibt auch eine neue Deathbox. Und es gibt... Was gibt's noch? Ja, das Erbstöcke ist geil. Die Skins sind geil. Es... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Sehr, sehr, sehr gespannt. Es gibt, wie gesagt, einen neuen Modus. Der Modus ist relativ unspektakulär, würde ich sagen. Es ist im Endeffekt so ein bisschen wie Team Deathmatch. Vier Squats gegeneinander. Eine Mischung aus Team Deathmatch und Herrschaft ist es eigentlich. Es sind verschiedene Zonen, die du einnehmen musst. Und das beste Squad gewinnt. Es gibt nicht viel mehr eigentlich zu sagen. Oder viel mehr muss ich da, denke ich, nicht zu sagen. Das ist das erste von vielen Artefakten in Apex Legends. Jetzt wundert man sich was. Artefakt. Jetzt ging natürlich das Gerücht rum, rund um dieses Erbstück, dieses universelle Erbstück. Ihr habt es im Final Fantasy Event schon mitbekommen. 36 Cosmetics muss man freischalten. Ob es wieder eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, unter einem Prozent gibt es schon im ersten Pack, von 36 insgesamt das Erbstück zu ziehen. Weiß ich nicht. Beim Final Fantasy Event war es so. Und es könnte hier genauso sein. Und ich lese hier tatsächlich raus, würde ich zumindest behaupten, dass es hier bei diesem Artefakt, genauso wie beim Final Fantasy Event, rund um das Buster Sword von Cloud Strife aus Final Fantasy 7, ein exklusives Event-Artefakt oder Erbstück ist. Oder Nahkampfwaffe. Seht es, wie ihr wollt. Und das eventuell danach gar nicht mehr erhältlich sein. Sollte es danach nicht mehr erhältlich sein, wird dieses Ding auch nichts mit 700 Dollar wert sein. Dann kannst du es ja nicht aufrüsten, wenn du es dir nicht mehr kaufen kannst. Deswegen geht mal davon aus, dass das vielleicht doch eigenständig ist. Ich lese es euch mal vor. Aber es kann auch sein, dass Artefakte zu einem großen Ganzen zusammengebaut werden. Apex-Artefakte in Mehrzahl sind neue, universelle, mythische, kosmetische Nahkampfobjekte, die von allen Legenden verwendet werden können. Und das erste davon, das erste davon ist das Kobalt Katar. Rüstet euer Apex-Artefakt auf dem Nahkampfregister aus, das nach der Wahl einer Legende verfügbar ist. Das Kobalt Katar ist über Schatten, Loge, Event, Packs im Rahmen des befristeten Events erhältlich. Und das klingt für mich nach Achtung nur in diesem Event, danach ist Game Over. Das war mit dem Final Fantasy um das Buster Sword Event genau das gleiche. Und sollte das so sein, dass wir das nur über dieses Event bekommen, gehe ich auch davon aus, da ist nichts mit anderen Artefakten, die du da dran kleistern kannst, sondern dann ist das eigenständig und irgendwann in Season 21 gibt es dann wieder ein eigenständiges Artefakt. Oder es gibt irgendein Gimmick, dass du die dann wirklich getrennt voneinander alle benutzen kannst. die Artefakte irgendwann über die nächsten Seasons. Und wenn du einer der wenigen Menschen bist, der verdammt viel Geld investiert hat, kann dann vielleicht die alle zusammenstecken. Ich habe keine Ahnung. Aktuell nicht ganz sicher, inwieweit das dann stimmt, ob das 700 Dollar wert ist. Aber ich schätze es mal als nicht echt. Einzieht euch bitte die Skins rein. Und ihr habt auch im Trailer sicherlich die Death Box gesehen. Die sieht ultra nice aus im Vergleich zum Final Fantasy Event. deutlich genialer. Hier haben wir Revenant und die Wingman. Der Revenant Skin ist geil. Der Lifeline Skin ist geil. Die 3030, der G7 Skin und vor allem der Ballistik Skin ist richtig nice. Dann haben wir noch Horizon gehabt. Wie gesagt, es gibt 36 Cosmetics. Die muss man eben freischalten. Und nur wenn du die 36 Cosmetics freigeschaltet hast, bekommst du auch die Death Box. Und wie gesagt, eine geringe Chance, das Artefakt freizuschalten. Sollte wahrscheinlich genauso da sein, wie im Final Fantasy Event. Hier haben wir die Death Box. Die hat im Trailer richtig schön geleuchtet. Wer es nicht gesehen hat, schaltet nochmal zurück. Mitten im Trailer siehst du dann, mitten im Kill fliegt die dann so hoch. Das sieht ultra, ultra nice aus. Und auch die Animationen hier finde ich ultra nice von dem Erbstück. Du kannst dieses Mittelteil, das sieht aus wie so ein kleines Mini-Magazin, was wir auch bei der Nemesis dabei haben. Wenn du da nachlädst, da ziehst du ja auch dieses Magazin so von der Seite raus. Also optisch sieht es echt nice aus, muss ich sagen. Es sah in dem Long Trailer zu Season 20 eigentlich relativ unspektakulär aus. Aber optisch, ich weiß, Apex steht gerade enorm in der Kritik. Und auch mit diesen ganzen Hackerangriffen, wo sich jeder nicht so safe fühlt. Mittlerweile ist da auch Entwarnung, wollte ich nur mal eben sagen. Der Hacker, vielleicht mache ich noch ein Video drüber. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sich das groß... Ja klar, es lohnt sich. Das wäre jetzt falsch ausgedrückt. Aber der Hacker Destroyer 2009, der sich dazu bekannt hat, hat sich auch zu Wort gemeldet. Und mehr oder weniger soll das wohl so ein Just-for-Fun-Ding gewesen sein. Aber es soll sich zu keiner Zeit jemand bedroht fühlen und so weiter und so fort. Von daher soll es relativ safe sein. Das ist übrigens der Belohnungs-Shop. Den kennen wir auch aus dem Final Fantasy Event. Und wir können eigenmächtig wahrscheinlich so zwei, drei Packs selber freischalten. Solltest du aber durchpayen, kannst du das Pack nicht mehr freischalten und dann hoffen, dass wir da vielleicht Coins zurückbekommen, wie wir das aus alten Events kennen. Das haben sie irgendwie mal rausgemacht. Patch Notes. Jetzt zieht euch das rein. Es ändert sich wirklich eine Menge. Es gibt auch ein paar neue Perks und es wurden einige rausgenommen. Welche rausgenommen wurden oder welche Beschreibung hinter den Perks war, spare ich mir, weil ich auch nicht alle Perks im Kopf habe. Wir fangen einfach mal an. Das allererste Care Package, was runterfällt, das sind ja verschiedene Spots, wird am Anfang keine Care Package Waffe drin haben, sondern stattdessen wird eine goldene Waffe drin sein. Entweder eine 301, eine 45, eine Mastiff, eine Devotion oder eine 30. 30 Care Package 2 und 3, also die Welle 2 und die Welle 3 bleiben unverändert. Dann gibt es noch eine Waffenspawnquote. Spawnquote von Sturm und Präzisionsgewehren. In Zonen wurden normalisiert, was auch immer das bedeutet. Waffen. Achtung aus den Patch Notes. Zum Release von Season 20 hat es wirklich gefehlt, aber einige, wie zum Beispiel Robert, haben es mir als Info mal nachgereicht. Die Car hatte tatsächlich einen Rückstoß. Nerf hat man aber auch gemerkt. Die Eva 8 wird ein wenig angepasst. Das Detonationsmuster wird gestrafft. Anfängliche Projektilgröße erhöht. Das heißt, du triffst noch leichter. Verbesserte Handhabung noch ekliger. Aber die Munitionsreserve völlig zu Recht reduziert von 96 auf 64. Die Rampage Aufladung wurde leicht reduziert, um sie an die Animation anzupassen. Warum auch die Animation anpassen, macht ja keinen Sinn. Die Wingman Munitionsreserve von 90 auf 72 reduziert, ist begrüßenswert. Das Digivisier kann nicht mehr ausgerüstet werden. Und die Optiken sind jetzt nicht mehr gesperrt. Du kannst halt andere Optiken draufknallen. Ballistik Upgrades. Das sind quasi die Perks, die Upgrades. Wenn du Stufe Blau oder Stufe Lila erreichst, hast du da verschiedene andere Sachen. Munitions... Ne, Munivision. Quasi die Vision, dass du Muni irgendwo durch Wände und so siehst. Das ist wirklich ein absoluter Schrott-Pirk gewesen. Das habe ich schon zum Release der Patch Notes gesagt. Zu Season 20 wurde Gott sei Dank entfernt. Finde ich richtig geil. Nachhaltiges Projektil auf Stufe 2 verschoben. Ich glaube da hast du ein zusätzliches Projektil für deine Taktik gehabt. Und neu hinzu als komplett neuer Pirk kommt flinke Flüsterer. Treffer mit dieser taktischen Fähigkeit werden zwei Sekunden lang einen Tempo Boost auslösen. Kommt auf Stufe 3. Bangalore. Wir müssen jetzt stark sein. Ich bin Bangalore Main gerade in Ranked und die kriegt richtig auf die Fresse. Und ich habe keine Ahnung was das soll. Donnergrollen Abklingzeit von 4 auf 4,5 Minuten erhöht. Dadurch musst du natürlich deine Perks ein bisschen anpassen. Weil es gibt ja einen Perk wo du die Abklingzeit deiner ultimativen Fähigkeit um 60 Sekunden reduzierst. Aber dieses hin und her haben wir schon zum Release gemerkt bei Horizon. Die wurde genervt und gleichzeitig wurden die Perks als totales extra angepriesen. Und machen den Nerf quasi wieder rückgängig. Es ist eigentlich naja nicht so geil. Rauchwerfer Abklingzeit. Das ist so krank alter. Abklingzeit wurde von 21 auf 26 Sekunden erhöht. Warum? Verursacht keinen Schaden mehr. Warum? Triff erstmal mit den Dingern. Warum werden? Wird 10 Damage genervt. Rauchdauer von 18 auf 11 Sekunden reduziert. Bam. Why? Und die Rauchpartikel verschwinden noch schneller. Mega. Lass uns doch Bangalore gar nicht mehr spielen. Macht's hier 2 draus. Richtig richtig hohl. Also da kann ich wirklich nicht meine Klappe halten. Ich weiß das ist immer große Kritik wenn ich da so rumhate. Aber alter warum? So. Upgrade Stufe 2. Großer Knall wurde entfernt. Ich weiß jetzt nicht mehr was großer Knall war. Und neu. Ähm. Das war quasi die Wahl zwischen dem einen Perk und 60 Sekunden Abklingzeit. Neu. Ich weiß aber nicht mehr was das andere war weil ich das nie benutzt habe. Äh. Taktische Abklingzeit. Verkürzt taktische Abklingzeit um 5 Sekunden. Seht ihr das? Abklingzeit Rauchwerfer von 21 auf 26 Sekunden genervt. Und gleichzeitig wird uns jetzt ein total toller Perk verkauft. Wo das dann wieder rückgängig gemacht. Wisst ihr was ich meine? Es ist nicht einfach keine guten Worte für finden. Es tut mir so leid alter. Es ist traurig. So. Upgrade Stufe 3. Gib mir Deckung. Auto. Punk folgt dem Spielenden der Laufschritte aktiviert hat. Nicht mehr. Was? Keine Ahnung. Komische Übersetzung. Glaube ich nicht so interessant. Zuflucht Heilungsrate wurde. Das ist ein guter. Ähm. Das ist ein gutes Upgrade. Das muss ich dazu sagen. Weil die Heilgeschwindigkeit. Es gibt ja den Perk dass du dich im Smoke ähm. Regenerierst. So wie ähm. Das Octane automatisch passiv macht. Die Heilrate wird von 3 Lebenspunkten auf 3,5 Lebenspunkte erhöht. Weil die Heilrate ist wirklich sehr sehr langsam. Und auch sehr kurz. Das heißt in der gesamten Smoke Dauer. Die du früher hattest von 18 Sekunden. Hast du dich ungefähr 8, 9, maximal 10 Sekunden geheilt. Und danach war äh Sense. Deswegen die Heildauer bleibt gleich. Aber es geht schneller. Und das finde ich ganz ganz gut. Das ist auf jeden Fall eine positive Anpassung. Aber nichts im Vergleich zu dem was ihr angetan wird. Es tut mir leid. Bloodhound. Die Perks. Odins Blick auf Stufe 2 verschoben. Also von 3 auf 2. Und die taktische Abklingzeit auf Stufe 3 verschoben. Haben quasi gewechselt. Kursdick Gasschaden erhöht sich jetzt bei jedem Tick um 1. War vorher Tick 1, 5. Tick 2, 5. Und in Folge Ticks dann 6. Und so weiter. Spielende am Boden erhalten weiterhin nur 5 Ticks. Spielende am Boden. Ich fliege doch nicht in Apex Legends. Hä? Egal. Der Verlangsamungseffekt von Gas wirkt nur noch. Wirkt nur nach den ersten 2 Sekunden beim Schaden. Also wenn du das erste Mal Schaden bekommst vom Gas für 2 Sekunden lang. Dann ist Schluss. Und für die Perks. Teilchen Zerstäuberer auf Stufe 3 verschoben. Und Resttoxin auf Stufe 2 verschoben. Conduit. Strahlender Transfer. Abklingzeit wurde von 26 auf 31 Sekunden erhöht. Verstehe ich. Und Verzögerung der Regenerationsunterbrechung von 1 auf 2 erhöht. Ebenfalls völlig okay. Weil die ist absolut Meta. Gerade in Ranked absolut anstrengend. Fuse. Upgrade Wreckhalsig. Heißt das in Übersetzung echt Wreckhalsig? Ich habe vorhin erst Waghalsig gelesen. Schaden durch Explosivwaffen wurde jetzt um 50% reduziert. Waren bisher 25%. Starker Waff würde ich sagen. Lifeline Upgrade Stufe 2. Taktische Abklingzeit plus entfernt. Und neue Taktische Abklingzeit plus plus. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich es richtig interpretiere. Taktische Abklingzeit um 25 Sekunden verkürzt. Das heißt für mich gibt es keine Abklingzeit. In Klammern. Dadurch entspricht die Abklingzeit der Einsatzdauer. Und die Drohne ist immer aktiv. Das heißt ich könnte dauerhaft heilen? Echt jetzt? Also das wäre für Lifeline absolut OP der Perk. Und der Perk ist bei mir immer aktiv wenn ich schon mal Lifeline spiele. Weil der ist echt heftig. So und dann haben wir Upgrade Stufe 3. Geschenk erpackt wird entfernt. Das heißt wenn du das Care Package rufst hast du keine goldene Waffe drin. Ähm keine Care Package Waffe drin. Das wurde rausgenommen. Und neu goldenes Ei. Nächstes Care Package haut dir ein Care Package raus mit einer goldenen Ausrüstung. Also kannst du keine Craver, keine Evo oder keine Wingman mehr ziehen. Das ist eigentlich ganz gut finde ich. Ähm entweder hast du ein Evo Lager drin. Also dieses fette Kranke Paket was dich extrem boostet für deine Rüstung und deine Perks. Ein goldenes Knockdown oder einen goldenen Rucksack drin. Finde ich eine begrüßenswerte Änderung. Das macht Lifeline wieder mehr zur Support Legende als ja egal. Enthält ferner eine Schildbatterie, ein Medikit und ein Phoenix Kit und einen mobilen Respawn Sender. Also Stufe 3 ist schon eine sportliche Nummer. Octane Upgrade waghalsig oder rackhalsig. Schaden durch Explosiv wie bei Fuse. 50% reduziert nicht 25%. Pathfinder Upgrade Seilrutsche Zen. Schadensreduktion von 25 auf 50 erhöht. Keine Ahnung wer diesen Perk nimmt. Der ist total uninteressant. Weil du hast sonst keinen großen Vorteil. Ähm falscher Schatten bei Revenant. Knockdowns aktualisieren die taktische Fähigkeit während der ultimativen Fähigkeit nicht mehr. Taktische Abklingzeit ist während der ultimativen Fähigkeit nicht mehr kürzer. Und die ultimative Abklingzeit um 60 Sekunden verlängert. Alter das ist richtig krass was hier passiert. Und die Perks für Revenant. Agiler Killer wurde entfernt. Taktische Abklingzeit auf Stufe 3 verschoben. Und neuer Perk ist ultimative Abklingzeit reduziert. Ultimative Abklingzeit um 30 Sekunden. Okay. Wir nerven ihm um 60 Sekunden und geben ihn in einem Perk 30 Sekunden zurück. Okay. Krass. Aber auch hier die Meta Conduit und Revenant ist sehr 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 vorherrschen. Muss man einfach mal sagen. Wahrscheinlich so ein Stück weit zu Recht. Seer Zentrum des Interesses Aktivierungsverzögerung wurde von 1,4 auf 1,2 Sekunden verkürzt. Upgrades. Künstlerische Reichweite auf Stufe 2 verschoben. Weite Sicht auf Stufe 3 verschoben. Tauschen ebenfalls den Platz. Herzrasen wurde entfernt. Und ultimative Abklingzeit reduziert. Ultimative Abklingzeit um 30 Sekunden auf Stufe 2. Also das ist auf jeden Fall ein Buff, wenn ich das mal richtig sehe. Perks für Wraith. Taktische Abklingzeit auf Stufe 3 verschoben. Und ultimative Abklingzeit auf Stufe 2 verschoben. Dann haben wir ne neue Map Rotation. Pubs. Stormpoint. Olympus. Und Broken Moon. Rangliste. Stormpunkt. Olympus. Gott sei Dank. Rand der Welt. Alter ich glaub Respawn hört endlich mal zu. Weil keiner möchte Stormpunkt und Broken Moon in einer Ranked Map Rotation. Da hat keiner Bock drauf. Da wird wahrscheinlich in 3 Tagen Rotation nur 1 Tag Olympus gespielt. Sonst nicht. Die anderen beiden Maps sind leider sehr sehr unbeliebt. Aber sie machen trotzdem irgendwo Bock. Ja. Mixtape. Kontrolle. Barometer. Bauhof und Donnerkuppel. Dann haben wir Gunrun. Monument. Schädelstatt und Donnerkuppel. Und TDM. Monument. Donnerkuppel. Und Zeus Station. Achtung. Bei den Spielmodus wird sich auch ein bisschen was ändern. Der neue Spielmodus kommt natürlich für 2 Wochen jetzt mit rein. Abgeriegelt. Erobert und haltet Zonen um Punkte zu sammeln. Das sind 4 Teams und glaube ich 4 Zonen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Abgeriegelt. Kartenrotation hatte ich. Achso. Donnerkuppel. Schädelstadt. Zeus Station. Und Monument. 3 Strikes Event kommt scheinbar wieder zurück. Oder ist schon drinnen. Schon die ganze Zeit. in der Mixtape Variante. In der Mixtape Variante. Ich spiele Mixtape nicht. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke mal 3 Strikes kommt in die Mixtape Variante zusätzlich mit rein. Ne wahrscheinlich doch nicht. Als extra Modus wahrscheinlich für das Event. sogar anwählbar. Die Wiederbelebungszeit auf 2 Sekunden verkürzt. Die ist ja so schon sehr sehr heftig in der 3 Strikes. Muss man ja mal sagen. Spielende Werte mit 100% Gesundheit und 0 Schilden wiederbelebt. Mega. Neues Beutesystem sorgt dafür, dass du mit einem konkurrenzfähigen Version eures Loadouts und Inventars respawnst. War das nicht die ganze Zeit schon so, wenn du drauf gehst und respawn wirst, dass du alles was du vorher hattest auch hast? Ansonsten ist der Rest absolut uninteressant. Bugfixes und so weiter. Legendenqualität. Es ist nichts was besonders ist. Das spare ich mir für die Länge des Videos. Leute, ich bin gespannt was ihr zu sagen habt. Vor allem die Vergewaltigung von Bangalore ist schon echt eine echt, echt, echt tolle freche Nummer. Da kann ich nicht hinterm Berg halten mit meiner Meinung. Es tut mir leid. Glückwunsch nochmal an Lego at Home. Vergiss dich bitte nicht bei mir via Instagram zu melden. Und wie gesagt, wer in Zukunft auch Bock hat, wenigstens einmal im Monat von VeryTasty etwas zu gewinnen. Etwas Leckeres, was wir alle kennen oder auch nicht kennen, weil es international ist. Sollte am Start sein. Auf Instagram bei mir und bei VeryTasty sowieso. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.